Hi Leute, vielen Dank für eure ganzen Fragen. In diesem Video beantworte ich die interessantesten und häufigst gestellten Fragen. Und da ich weiß, dass euch die Fragen bezüglich des dritten Last Mittank Videos am meisten beschäftigen, fangen wir direkt mit diesen an. Patrick M. möchte von dir wissen, wann kommt das neue Last Mittank Video? Das Skript ist schon fertig geschrieben, das beläuft sich auf ungefähr 10.000 Wörter, und wird in Minuten ungefähr 60 bis 90 Minuten lang, also das Video. Ich habe neben dem Skript auch schon das Interview mit dem Privatdetektiv geführt und auch bearbeitet. Die Frau Mittank hat auch schon Fragen beantwortet. Ich werde noch ein paar Fragen nachreichen, diese beantworten lassen. Ich warte noch auf ein, zwei Dokumente, weil ich hatte ja auch gesagt, dass Dokumente veröffentlicht werden, die bis jetzt noch nicht an der Öffentlichkeit waren. Die werden jetzt übersetzt bzw. wir versuchen gerade die übersetzen zu lassen. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch der Videoschnitt über, wenn ich fertig bin, die Animationen zu erstellen. Also ich bin gerade dabei, Animationen zu erstellen, habe aber auch Animationen erstellen lassen von der befreundeten Videoproduktionsfirma, die auch so nett war und mir das X Factor Special abgefilmt hat. Ja, und wenn die ganzen Teile da sind, dann wie gesagt nur noch ungefähr eine Stunde Videoschnitt plus die zwei Interviews, die kommen noch hinten dran. Also das Video wird anderthalb Stunden lang. Und ich denke mal, ich werde da noch so zwei Wochen für Gebrauchen. Zwei bis drei Wochen. Matslum unterstrich NRW fragt, glaubst du, dass man irgendwann den Fall lösen kann? Ich hoffe zumindest, dass der Fall noch gelöst werden kann. Ich habe auch große Hoffnung, weil einfach durch die Dokumentation und andere Leute, die gerade wieder aktiver werden und ans Bord geholt wurden, ist der Fall einfach noch mehr in der Öffentlichkeit. Und es werden tagtäglich Hinweise an uns geschickt bzw. ich möchte mich gar nicht in einem Atemzug mit den Privatermittlern und Sandra Mithang nennen, aber an sie geschickt. Und ja, also ich hoffe einfach, dass irgendwann der Hinweis dabei ist, dass die Nachricht an die Öffentlichkeit gerät, dass Lars Mithang gefunden wurde. Aber ich persönlich glaube dran. Also sonst würde ich auch nicht so viel Arbeit in die Videos stecken. Und gerade durch die Doku, die jetzt dann zwei, drei Wochen kommt, wird der Fall nochmal in ein ganz anderes Licht gerückt. Also das sage ich nicht einfach nur, um das Video zu promoten, sondern ja, es werden natürlich dadurch noch mehr Fragen gestellt, aber es werden auch viele Fragen beantwortet. Und ihr werdet sehen, warum ich denke, dass da auf jeden Fall noch viel Hoffnung ist. Franz Unterstrich Ferdinand hat geschrieben, mach weiter so. Werden wir eine neue Ansicht auf den Fall von Lars Mithang bekommen? Die Frage habe ich ja eigentlich schon fast mit der letzten Frage beantwortet. Also es wird auf jeden Fall eine neue Ansicht auf den Fall von Lars Mithang geben. Wie genau diese aussehen wird, möchte ich jetzt noch nicht sagen. Aber ja, mir fehlen da schon fast die Worte, wie unterschiedlich die Darstellung der Fälle sein wird zum vorherigen Video. Bestimmte Details und Fakten rücken einfach in den Vordergrund und andere, die dann in der Doku beantwortet werden, in den Hintergrund, weil einfach ja ein bestimmter Konsens sich herauskristallisiert hat, in welche Richtung der Fall ermittelt oder gehen wird. Lili.Hörtling möchte von dir wissen, wie geht es Lars' Familie momentan und sind die Privatdetektive noch aktiv? Dazu möchte ich gar nicht so viel sagen. Also ich mache es mir gar nicht an, die Familie gut zu kennen oder die emotionale Gefühlslage. Ja, der Sohn von Sandra Mithang ist seit sechs Jahren verschwunden. Selbst wenn jetzt Fortschritte in den Ermittlungen vonstatten gehen, heißt das ja nicht gleich, dass es ihr besser geht oder auch wenn der Fall wieder in die Öffentlichkeit gerät. Also ihr Sohn ist verschwunden und ich glaube, das ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Ja, mehr möchte ich da gar nicht zu sagen. Und auf deine zweite Frage, die Privatdetektive sind immer noch aktiv. Es sind auch mehrere, es ist ein echt großes Ermittlungsteam und das Netzwerk ist unglaublich. Also das hatte ich ja auch in dem Video im zweiten Teil schon gesagt und auch im ersten betont, dass das Netzwerk, was die Familie Mithang und auch die Sandra vor allem aufgebaut hat, wirklich in voll viele verschiedene soziale Strukturen auch geht und Leute an Bord sind, von denen man niemals denken würde, dass sie an Bord sind. Also die Ermittlungen laufen auch in der Zeit, wo auf der Findet Last-Mithang-Seite, auf Facebook nichts gepostet wurde, immer noch statt. City10 fragt, wie lange hast du bis jetzt für das dritte Last-Mithang-Video gearbeitet? Das ist ganz schwierig zu sagen. Also ich habe ja ungefähr vor zwei Wochen die erste grobe Struktur an Sandra und die Privatdetektive geschickt, damit sie mir nochmal einen detaillierten Überblick geben kann, wie der Fall vonstatten gegangen ist. Also auch die Fehler korrigieren, die ich in den ersten zwei Teilen gemacht habe. Vor einer Woche kam dann diese grobe Struktur zurück mit einer Auflistung, wie der Fall halt vonstatten gegangen ist. Und dann habe ich an diesem Gedankenprotokoll, was Sandra Mithang mir lieberweise nochmal zur Verfügung gestellt hat, einfach den ganzen Fall nochmal peu à peu aufgebaut und geguckt, dass alles so präzise wie möglich formuliert wird. Und das natürlich auch immer wieder eine Rücksprache mit Sandra Mithang und auch den Privatdetektiven. Und das erfordert natürlich nochmal ein bisschen mehr Arbeit. Wichtige Arbeit, die auf jeden Fall auch so richtig war. Also ja, ein Skript von 10.000 Wörtern mit Rücksprache hat jetzt schon so 150 bis 200 Stunden in Anspruch genommen. Dazu kam noch das Interview, die Vorbereitung aufs Interview, die Fragen, die ich mir auch für Sandra überlegt hatte. Dann der Termin mit der Videoproduktionsfirma, welche Animationen animiert werden sollen, in welchem Stil, welche Farbpaletten. Also das ist halt immer so ein Rattenschwanz an Arbeit, der da dran hängt. Und Rattenschwanz ist jetzt vielleicht ein bisschen negativ konnotiert, so meine ich das gar nicht. Aber es ist einfach viel versteckte Arbeit, die man selbst vergisst. Und für Leute, die sich nicht mit Videoproduktionen auskennen, ist das natürlich noch intransparenter. Also ich denke, ich habe bis jetzt so 300 Stunden daran gearbeitet und es wird noch ungefähr das Doppelte. Also sagen wir mal, am Ende werden es 500 Stunden so ungefähr sein. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich möchte hier auch gar nicht übertreiben. Ich werde am Ende nochmal sagen, wie viel ich daran gearbeitet habe, weil ich mich auch nicht in den Licht stellen möchte, in dem ich eigentlich gar nicht stehen sollte. Arminius1996 fragt, wie intensiv war die Zusammenarbeit mit Lars Mutter und dem Facebook-Team? Die Zusammenarbeit war, intensiv ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die war auf jeden Fall da. Also wir haben immer wieder Rücksprache gehalten. Ich habe mit Sandra telefoniert. Ich habe mich mit einem Privatdetektiv auch privat getroffen. Fragen, die ich hatte zu bestimmten Dokumenten, Situationen wurden immer wieder beantwortet und ich achte natürlich darauf, dass ich so präzise wie möglich formuliere und manchmal ist ein Gedankenprotokoll auch nicht ganz so durchsichtig. Da muss man eben einfach nochmal Fragen stellen und bestimmte Formulierungen umformulieren und da hat Sandra Mittank mir halt einfach immer wieder bei geholfen. Da muss man auch einfach mal sagen, Hut ab, sich immer wieder mit der oder mit dem Erlebnis zu beschäftigen, das das gesamte Leben geprägt hat und auch jeden Tag wieder prägt. Bischi Bischi hat geschrieben, was für eine knaller Neuigkeit wird beim Mittagfall kommen, dass wir schon zig Wochen drauf warten und du rund um die Uhr daran arbeitest? Ich meine, wenn du eng mit der Familie zusammenarbeitest, ist es doch im Interesse aller, dass das neue Video so schnell wie möglich rauskommt? Der Rest war bisher mega klasse von dir, aber bis hier zieht es sich gerade so lang, dass alles andere aussah, wir haben ihn gefunden, schon fast eine Enttäuschung wäre. Da muss man einfach mal sagen, das ist ein ziemlich frecher Kommentar, aber ich wollte einfach darauf eingehen, weil es ist halt einfach die Arbeit, die ich leiste oder die auch Videoproduzenten leisten, ist einfach sehr undurchsichtig. Also man muss sich einfach vor Augen führen, dass es ja nicht nur die Rücksprache und der Austausch von Informationen ist, sondern auch eine Vorbereitung. Wie wird das Konzept aufgebaut? Wie baut man das Skript auf? Ja, in welche Teile gliedert man die Dokumentation? Dann kommt ein Gedankenprotokoll rein, man muss das in einen Fließtext formulieren, der natürlich so präzise wie möglich formuliert werden soll. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wie viele Stunden ich allein dafür schon investiert habe. Dann kommt dazu, dass man Animationen anfertigen lassen muss, beziehungsweise ich es tue, einfach weil ich mir denke, dass ich dieser Dokumentation und Sandra Mitzhank gerecht werden möchte und so gut wie möglich arbeiten möchte. Die Rücksprache mit der Videoproduktionsfirma, dann muss man natürlich aufnehmen. Also allein das sind dann schon so acht bis zwölf Stunden, die ich hier sitze und einfach meine Stimme malträtiere. Dann war diesmal sogar noch der Fall, dass mein Mikrofon irgendwie falsch eingestellt war und nachdem ich das gesprochen habe, musste ich es nochmal neu aufnehmen, weil ich auch teils unzufrieden war. Und danach kommt dann noch das Interview, dann kommt der Videoschnitt, dann kommt noch eine Nachbearbeitung, danach kommt dann das Rausrendern, Exportieren der Datei, das Hochladen, Thumbnail, Keywords. Also es ist einfach ein Haufen Arbeit von vielen Stunden und gleichzeitig ist natürlich noch der Druck da, dass ich dem Ganzen gerecht werden möchte. Diese Dokumentation soll wirklich die beste Dokumentation sein, die ich jemals produziert habe und dafür gebe ich gerade mein ganzes Herzblut. Und ich muss auch einfach mal einen Tag Pause machen, mich ein bisschen von dem Fall distanzieren und auch von dem Text und der Arbeit, die ich mache, weil man irgendwann sich in seiner Arbeit verliert. Man hat kein objektives Auge mehr. Man sieht alles nur subjektiv und sieht keine Details mehr. Man verliert sich irgendwie in dem ganzen Groben. Ich nehme die Frage auch nicht böse. Ich finde sie zwar trotzdem frech, aber ich hoffe, ich konnte dir damit mal vor Augen führen, was für eine Arbeit eigentlich hinter dem ganzen Prozedere einer Videoproduktion steckt. Wie viele wissen, habe ich ja Germanistik und Politikwissenschaften studiert und wusste schon während des Studiums, dass ich nicht weiß, was ich nach dem Studium machen werde. Weswegen ich einfach in verschiedene Bereiche reingeschnuppert habe. Journalismus, hatte eine Selbstständigkeit mit Video und Foto, habe mich da ein bisschen weitergebildet, habe für ein paar Musikerfreunde Videos produziert und mich einfach in die Materie gegeben. Und das Zusammenspiel aus Germanistik, Journalismus und Videoschnitt vereint ja eigentlich alles, was ein YouTube-Channel erfordert. Und auf die Idee eines YouTube-Channels selbst bin ich nur durch die Mutter meiner Freundin gekommen, die einen YouTube-Channel hat. Und sie meinte dann auch, ja, du kannst das doch eigentlich alles, warum versuchst du es nicht einfach mal? Klar, man muss relativ konstant arbeiten und man muss ein Output machen und am Anfang kriegt man kein Geld. Und das ist natürlich ein Hobby, was sehr viel Zeit einfordert einfach. Aber ich hatte richtig Bock drauf, habe es einfach gemacht und ja, vor ungefähr einem Jahr angefangen und bis jetzt durchgezogen. Und ja, nach fünf Monaten, sechs Monaten hat das die ersten Früchte abgeworfen. Das ist natürlich nicht viel, aber es hat mir gezeigt, dass man hier mit Geld verdienen kann und ich liebe, was ich tue. Und deswegen versuche ich gerade alles in die Wege zu leiten, dass das hier irgendwann mein, ja, Hauptberuf sein kann, von dem ich gut leben kann. Und ja, ist mein erster Channel. Also ich hatte natürlich vorher schon ein Channel beziehungsweise ein Profil, mit dem ich andere Channel abonniert habe. Aber ja, erster Channel. Und weil ich weiß, dass jeder Anfang schwierig ist und ihr gerade angefangen habt, also dunkle Materie und ihr echt interessanten Content produziert, verlinke ich euch einfach mal in der Infobox. Vielen Dank für die Frage. Hen unterstrich Rie fragt, welches deiner bisherigen Videothemen findest du am spannendsten, interessantesten? Also ich muss einfach sagen, dass natürlich Lars Mitzank und Frauke Liebs aufgrund des Kontakts mit der Familie am spannendsten und auch einfach, ja, anstrengend ist auch wieder, hört sich negativ an, aber das ist gar nicht so gemeint, sondern sehr fordernd war. Also ich muss sagen, das hat mir am meisten Spaß, aber auch am meisten Herzschmerz bereitet. Und jetzt mal abgesehen von diesen Einflüssen, muss ich sagen, dass CK da mir bis jetzt am meisten Spaß gemacht hat und ich das eigentlich fast am spannendsten fand, einfach weil auch kein Mord oder irgendwas anderes damit zusammenhängt. Es ist halt einfach ein super interessantes Thema. Justiz Rap fragt, wie bist du mit Midnight Mansion zur Dunkelkammer gekommen und woher hättest du die Idee zu deinem coolen Channel-Namen? Tatsächlich wurde ich von Podimo angerufen, weil ich hatte ja schon drei Folgen auf Spotify hochgeladen, beziehungsweise auf allen Streaming-Plattformen, wo ich einfach die Audiospur meiner Videos genommen habe zu Jack the Ripper und Missing411 und diese als Podcast halt einfach hochgeladen habe. Und die haben mich gefragt, ob ich Bock auf die Plattform von Podimo hätte. Ja, habe mich irgendwie geschmeichelt gefühlt und bin dann da hingegangen. Aber ich habe halt gesagt, ich finde halt Podcasts mit Gesprächscharakter einfach spannender und habe dann Max halt gefragt, ob er Bock hätte, mit mir einen Podcast zu machen. Und er hat eigentlich relativ schnell eingewilligt und hatte auch Bock drauf. Und ja, da wussten wir dann, dass wir einen Podcast machen werden. Der Name war auf jeden Fall Maxidee. Das muss ich ihm attestieren. Er kann nicht viel, aber anscheinend kreative Namen erfinden. Das ist genau sein Ding. Ja, dann hat er irgendwann, kam er mit der Idee auf Dunkelkammer und gleichzeitig ist damit dann das Konzept der Thumbnails entstanden. Also wir stellen die ja immer hellrot dar, einfach so, als wenn es negative wären von damals. Und ja, dann haben wir angefangen, uns zu besprechen und es hat relativ gut funktioniert und sehr viel Spaß gemacht. Deswegen die Dunkelkammer. Heidelberger Frittenboll fragt, gibt es demnächst auch wieder was von der Dunkelkammer? Das Format finde ich klasse. Extra ein Abo geholt. Ja, auf jeden Fall. Also es tut mir auch voll leid, dass wir da jetzt länger nichts gebracht haben. Aber es war einfach jetzt mit Lars Mittank und dem ganzen Drumherum, vielen Gesprächen, die ich geführt habe. Also ich habe ja eben schon betont, dass ich das Ganze zu meinem Hauptberuf machen möchte. Und da gehört halt nicht nur die Arbeit selbst mit zusammen, sondern auch einfach Hintergrundgespräche, um zu gucken, dass man ja vielleicht irgendwo unterkommt. Und ich will da noch gar nichts Genaueres zu sagen, aber deswegen kam es einfach dazu, dass sich das jetzt ein bisschen verzögert hat. Wir werden jetzt, also wir sind schon wieder dabei, Themen zu besprechen. Wir werden in den nächsten Wochen wieder anfangen. Wahrscheinlich erst, nachdem das Lars Mittank Video online ist. Weil bis dahin möchte ich mich absolut darauf fokussieren. Es tut mir auch wirklich leid, dass ihr da, wenn ihr ein Abo nur für mich oder uns da abgeschlossen habt, dass ihr da gerade was bezahlt. Der kleine Trost ist, dass das Geld halt, wenn ihr nur uns hört, nur an uns geht. Das ist immer ein bisschen blöd zu formulieren. Ich weiß, Geld ist ein sehr sensibles Thema und ich danke euch da wirklich vielmals. Also das soll sich jetzt gar nicht so platitudenhaft und pathetisch anhören, dass ich da einen großen Dank ausspreche. Aber ihr wisst nicht, wie viel mir das bedeutet, dass wirklich Menschen für das, was wir produzieren oder für das, was ich produziere, wirklich einfach Spenden hinlegen. Also das ist so, das geht noch wirklich gar nicht in meinen Kopf rein. Also ich kann das noch gar nicht fassen, weil ich das so absurd und schön gleichzeitig finde. Also wirklich vielen Dank und ich kann auch voll verstehen, wenn ihr euer Abo kündigen wollt, einfach weil lange nichts mehr gekommen ist. Marge S. möchte von dir wissen, welcher Fall hat dich besonders lange emotional beschäftigt? Gibt es englischsprachige True Crime YouTuber, deren Videos du gerne guckst? Was fasziniert dich an Crime? Die Frage habe ich ja eigentlich schon beantwortet. Also Lars, Mittank und Frauke Liebs. Einfach weil einem die ganze Tragödie nochmal mehr bewusst wird, wenn man Kontakt mit den Hinterbliebenen hat. Also das ist, ich weiß für uns, viele von uns ist True Crime Unterhaltung, aber für diese Familien ist das alles andere als Unterhaltung. Das ist halt wirklich bitterer Ernst und ja, dem Ganzen wird man sich dann bewusst und deswegen bereitet einem selbst das auch Herzschmerz. Und englischsprachige True Crime YouTuber habe ich jetzt nicht unbedingt. Also Inside the Mind finde ich ganz gut. Ich finde es an Mystery YouTubern Nexpo sehr gut. Und ja, mein großes Vorbild eigentlich ist Let Me Know. Werde ich auch in der Infobox verlinken. Also Let Me Know macht wirklich die besten Videos, die es auf YouTube gibt. Natürlich englischsprachig, nicht für alle zugänglich, das kann ich verstehen. Aber ich gucke da meinen ganzen Stil schon teils ab und versuche Sachen nachzubauen, so wie er es macht. Was unmöglich ist, einfach weil er so gut ist. Aber ich versuche halt immer näher ranzukommen und ja, das ist auf jeden Fall der beste YouTuber, den ich kenne. Und die Frage, was mich an Crime fasziniert, habe ich mir selber noch gar nicht so wirklich gestellt. Also an Crime-Crime, also wirklich im herkömmlichen Sinne, dass ein Verbrechen begangen wird und nicht ungelöst ist. Also kein Cold Case ist einfach, glaube ich, die Psychologie der Täter dahinter, die mich mehr interessiert als das Verbrechen selbst. Klar, es gibt auch Ausnahmebeispiele dazu. Aber das Konzept eines Mordes und der Hass, der damit einhergeht, der Eifersucht oder den natürlich relativ klassischen Motiven eines Täters und die Psychologie und der Psychologie, die damit einhergeht. Das finde ich einfach unglaublich interessant, wie jemand so etwas Bestialisches tun kann. Und an ungelösten Fällen fasziniert mich einfach, ja, das Ungelöste dahinter. Also das ist wie damals Piraten, die nach Schätzen gesucht haben, die durch irgendwelche kryptischen Nachrichten versteckt wurden. Das sind ungelöste Fälle oder Rätsel so die Schätze unserer heutigen Zeit, einfach weil es diese Schatzsuchen nicht mehr gibt. Und natürlich schwingt immer irgendwo die Hoffnung damit, dass man während seiner Recherche irgendwie auf etwas stößt, was viele übersehen haben, was natürlich wahrscheinlich niemals passieren wird. Aber man möchte es auch nicht ganz ausschließen, dass man den Fall vielleicht doch irgendwie löst. Sir Gentleman fragt, ich will nicht aufdringlich sein, aber kommt noch eine dritte Fallsammlung zu Missing411? Eine dritte Fallsammlung zu Missing411 wird nicht kommen. Es wird auf jeden Fall irgendwann noch ein Resümee, beziehungsweise eine Analyse der Missing411-Fälle kommen, also wie ich das Ganze einordne. Aber ich muss sagen, dass momentan Missing411 relativ hinten ansteht. Also ich bin dem Ganzen irgendwie überdrüssig geworden. Weil jeder ruft immer nach Missing411 unter jedem Video, selbst wenn es ein Fall ist, der absolut nicht die Parameter der Missing411-Fälle irgendwie entspricht, wird da direkt wieder Missing411 ausgerufen. Also ich verstehe, warum da eine Faszination ist, aber ich verstehe nicht, warum da so eine große Faszination ist. Aber das Ganze werde ich nochmal erläutern. Also ich hatte ja auch im ersten Video gesagt, dass ich da eine Analyse mit The Midnight Mention, also Max, zusammen machen werde. Und ja, die wird irgendwann kommen, aber jetzt erstmal stehen andere Projekte an. Tut mir leid, wenn ich hier jetzt gerade ein paar Leute enttäusche. Aber das Thema macht mir einfach gerade keinen Spaß. Selfie hat folgende Frage gestellt. Hast du zuvor auch schon Videos gemacht? Wenn ja, welche? Ja, ich habe vorher schon Videos produziert, aber eher im herkömmlichen Sinne. Also ich habe viele Musikerfreunde, für die habe ich Sachen angefertigt. Wir haben in Düsseldorf kreative Veranstaltungen organisiert. Da habe ich dann den Videografen gemacht, die Veranstaltungen gefilmt, promotet. Und damals hat es halt damit angefangen, dass ich meine Freunde gefilmt habe und immer Jahreszusammenschnitte hochgeladen habe. Und ja, ich schneide Videos, seitdem ich 16 bin, also filme und schneide Videos. Aber Dokumentation, wie ich sie jetzt mache, mache ich wirklich erst seit einem Jahr. Michelle unterstrich Faust fragt, woher nimmst du die Zeit für diese super ausführlichen Videos? Das ist doch schon fast ein Vollzeitjob? Ja, tatsächlich ist das nicht nur fast ein Vollzeitjob. Es ist mehr als das. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich relativ viel arbeite. Also momentan so eine gute Woche sind 100 Stunden. Da bin ich dann schon relativ erleichtert, wenn es nicht mehr ist. Und deswegen kann ich auch nichts anderes nebenher momentan machen. Also ja, es ist vielleicht ein bisschen blindlings und naiv. Aber ich versuche jetzt halt alles zu tun, dass ich davon irgendwann leben kann. Also ich kann schon davon leben. Natürlich nicht gut. Aber es funktioniert. Ich kann meine Miete bezahlen. Aber ich lebe natürlich überhaupt nicht wie Krösus oder wie andere große YouTuber. Das ist halt auch einfach schwierig, wenn man nur zwei Videos im Monat bringt. Eigentlich müsste ich so Daily Content machen. Dann wird es vielleicht ganz anders aussehen. Aber das ist einfach, das entspricht nicht meinem Anspruch und ist auch gar nicht möglich. Also da müsste ich mich dann wirklich bekloppt arbeiten. Ja, aber es läuft in eine gute Richtung und ich habe die Hoffnung. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, das ist nicht ganz naiv. Es werden natürlich Referenzen geschaffen. Also Dokumentation innerhalb von zwei Wochen zu produzieren, ist ja auch nicht einfach so gemacht. Es erfordert Disziplin, ohne mich selber irgendwie loben zu wollen und auch eine gewisse Arbeitsmoral. Und dadurch, dass ich meine Fühle immer ausstrecke und jetzt einfach schon einen Rhythmus habe, bin ich auch an andere Jobs gekommen. Ich habe jetzt schon Werbung geschrieben, gesprochen. Ich stand bei einer Werbung so kurz vor der Kamera. Aber das war eher ein Freundschaftsdienst. Also ich versuche halt einfach, viele Referenzen zu schaffen und es kamen schon viele Leute auf mich zu dadurch. Und ich glaube einfach, dass das Ganze das Richtige ist. Also ich glaube, ich komme jetzt schon damit über die Runden mit all dem mit Podcast, Werbung, YouTube und allem anderen Kram, den ich so nebenher mache. Und ja, ich hoffe einfach und werde alles dafür in die Wege leiten, alles was in meiner Macht steht, dass ich da nächstes Jahr gut von leben kann. Und nicht am Existenzminimum. Lili.hörtling fragt, hast du dir alle deine Skills selbst beigebracht? Schneiden, Recherche, Edits und so weiter? Ja, übelst interessante Frage. Ja, ich habe mir alle Skills selbst beigebracht. Wobei man vielleicht sagen könnte, dass Recherche natürlich irgendwie bei mir aus dem Studium kommt. Also das Einzige, was Germanistik einem beibringt, ist Recherche und vielleicht autodidaktisches Arbeiten. Aber sonst von Schneiden, Edits, Post-Production, ja Keywords, so das Ganze, wie man vielleicht Einfluss darauf hat, dass das Video mehr Leute sehen, teils Marketing. Ja, das habe ich mir alles selbst beigebracht. Das ist natürlich auch fernab von dem, was wahrscheinlich möglich ist. Aber ich versuche halt immer mein Bestes zu geben. Ich versuche immer weiterzulernen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch Workshops zu, ja, Animationen besucht und versuche mir halt immer YouTube-Tutorials zu geben, um in der Sache, die ich liebend gerne tue, besser zu werden. Und ja, die Technik entwickelt sich immer schnell weiter. Viele Leute werden schnell besser. Und ich versuche da halt einfach nicht, den Anschluss zu verlieren. Aber ja, alles selber beigebracht. Josef Reichel fragt, welche Mysterien und Theorien findest du besonders interessant und über welche willst du noch Videos machen? Also, was ich auf jeden Fall noch machen möchte, ist Dyatlov Pass. Ist wirklich so mein Lieblingsmysterium. Und das wird auf jeden Fall kommen irgendwann. Aber das wird so viel Arbeit erfordern, dass ich mich da auf jeden Fall auch versträube. Und weiß, dass da auf jeden Fall wieder einen Monat Arbeit für draufgehen wird. Was auf jeden Fall auch noch kommt, ist Hinterkaifeck, Rebecca Reusch und ich finde auch das Voynus-Manuskript sehr interessant. Also zu den ganzen Themen werden auf jeden Fall Videos kommen. Rubrik Persönliches CL schreibt, du hast immer tolle Beiträge. Danke dafür. Meine Frage wäre, ist dir schon mal was Unheimliches passiert? Viel Unheimliches ist mir noch nicht passiert. Aber was mir passiert ist, also das ist auch schon sehr persönlich, aber eine Person aus meinem näheren Umfeld ist gestorben. Und vor dem Tod hat diese Person mir ein Überraschungsei geschenkt. Und in diesem Überraschungsei war ein Koala-Bär drin. Und eigentlich ist das ja so, dass Ü-Eier ihren Inhalt alle paar Monate oder so austauschen. Also ich weiß ja nicht genau wie oft, aber das passiert auf jeden Fall. Und auf jeden Fall zwei Jahre nach dem Tod dieser Person, habe ich mir nochmal ein Ü-Ei gekauft. Und in diesem Ü-Ei war genau der gleiche Koala-Bär drin. Und ja, das ist so das Unheimlichste und Irrationalste, was mir je passiert ist. Estefania D. schreibt, wie alt bist du? Ich bin 27 und werde im September 28. Stone Cold möchte von dir wissen, was sind deine Lieblingsfilme und Serien? Lieblingsserien auf jeden Fall Westworld, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall reingucken. Das Drehbuch ist echt mit das beste Drehbuch, was jemals geschrieben wurde. Mit Anthony Hopkins auch in der Hauptrolle und alleine durch sein Schauspiel ist die Serie schon sehenswert. Wenn wir schon von Drehbüchern sprechen, finde ich Dark echt gut. Also auf Netflix werden viele schon gesehen haben, aber ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Die dritte Staffel steht noch aus, einfach weil ich abbrechen musste, weil ich viel vergessen hatte und die jetzt noch von vorne gucke. Aber Dark ist auch echt gut. Game of Thrones, abgesehen von der katastrophalen achten Staffel. Klar, vorher ist es auch schon ein bisschen abgeflacht. Ich habe auch die Bücher gelesen und die sind um einiges besser. Aber dennoch für so einen monumentalen Epos super gut verfilmt und auch echt aufgebaut. Und Filme würde ich auf jeden Fall Interstellar nennen. Christopher Nolan Filme allgemein sind echt sehenswert. Dann Joker mit Joaquin Phoenix. Außerdem The Dark Knight. Die ganze Triologie bin ich auch ein absoluter Fan von. Ach genau, eine Serie fällt mir gerade noch ein für die Horrorfans. Auch falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Spuk in Hill House. Wirklich die beste Horrorserie, die ich je gesehen habe. Also es beschränkt sich auch nicht nur auf Horrors, sondern auch so ein bisschen psychodramatisch. Und wirklich überragend. Und sonst fallen mir gerade, glaube ich, fast keine Sachen ein. Herr der Ringe natürlich noch. Also ich bin da relativ simpel gestrickt. Star Wars. Und ganz komische Informationen vielleicht noch. Der Film, den ich am öftesten gesehen habe, ist Disturbia von Steven Spielberg mit Shia LaBeouf. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fühlt sich dieser Film an wie zu Hause. Immer wenn es mir schlecht geht oder ich nicht schlafen kann, schmeißt den Film an und penn dazu ein. Aber ich glaube, fast jeder hat irgendwie so einen Film, oder? Schreibt das mal in die Kommentare oder bin ich da sehr komisch? Akira OutOfTune fragt, was bedeutet der Name deines Kanals und wie bist du auf den Namen gekommen? Eigentlich wollte ich den Kanal Insolutus nennen, was ungelost hätte gehießen. Aber irgendwie ist das, während ich die Logos und so erstellt habe, ist das untergegangen. Und ich habe aus Insolutus Insolutus gemacht. Aber weil es Insolutus dann schon auf YouTube gab, habe ich einfach, weil ich ja ein großes Latinum habe, komisches Angeben hier, habe ich einfach den Dativ daraus gemacht und den Kanal Insolutus genannt. Und irgendwann wurde die Frage schon mal gestellt unter einem YouTube-Video. Dann habe ich das nochmal nachgeguckt, um keine falsche Antwort zu geben. Und es kam heraus, also mir ist dann erst aufgefallen, dass ich den Kanal dann anders genannt habe, als eigentlich gedacht. Und jetzt heißt es nicht ungelöst, sondern Insolutus heißt dem Ungewöhnlichen sozusagen. Also passt auch, aber ist irgendwie nicht das, was ich intendiert habe. Lindyux Lockius fragt, dein Lieblingsbuch, Zitat, ist welches und warum? Lieblingsbuch, wenn ich mich wirklich nur auf eins beschränken müsste, dann wäre es wahrscheinlich Superhero von Anthony McCarton. Aber ist auch schwierig, wirklich nur ein Buch zu nennen. Ich finde von Hermann Hesse Siddhartha und der Steppenwolf sehr gut. Ich finde von John Niven eigentlich fast alles gut. Vor allem Straight White Male. Hört sich jetzt irgendwie sehr sexistisch an, aber das Buch ist alles andere als das. Und ich finde eigentlich fast alles von Philippe John ziemlich gut. Betty White zum Beispiel. Das ist der französische Charles Bukowski. Nur nochmal etwas besser vielleicht. Ach, damit werde ich viele Literaren gegen mich aufhetzen. Lisa Folge Deinem Herzen schreibt, Meine Güte, du bist ja schwerer zu bekommen als die CIA. Ey, aber endlich, endlich werde ich erfahren, ob du Schlager hörst und wenn nicht, dann will ich erfahren, was du halt sonst so für Musik hörst. Danke schon mal. Ja, die Frage habe ich lange nicht beantwortet, welche Musik ich höre, Lisa. Folge Deinem Herzen. Das tut mir auch leid, dass ich dich da oftmals ignoriert habe. Irgendwie hat das zeitlich nie gepasst. Und vielleicht wollte ich ja auch ein Geheimnis daraus machen, einfach, dass du immer neugieriger wirst. Ich höre eigentlich fast alles. Das ist eine Antwort, die fast jeder immer gibt, aber bis auf Schlager und wirklich harten Rock höre ich fast alles. Also von Hip-Hop über Folk über Pop bis hin zu Balladen, wirklich alles dabei. Also Musik muss einfach im richtigen Moment gut klingen. Und ich hoffe, die Antwort war jetzt nicht zu enttäuschend. Sarah H. schreibt, meine Fragen wären, welche Musik hörst du gerne und aus welcher Stadt kommst du? Hast du ein besonderes Hobby außer diesem tollen Kanal? Ich komme aus Düsseldorf, beziehungsweise aus einem Dorf in der Nähe von Düsseldorf und bin fürs Studium nach Düsseldorf gezogen. Wohne aber jetzt schon etwas länger hier und neben Insolito mache ich gar nichts. Nee, Spaß. Ich spiele viel Basketball, gehe viel klettern und ja, sonst mache ich eigentlich nicht viel. Käffchen mit Freunden in der Stadt, Gesellschaftsspiele abends manchmal, wenn man sich trifft. Und ja, ich merke schon, während ich hier rede, ich höre mich schon fast an wie ein Rentner. Dabei bin ich doch erst 27. Aber coole Fragen. Danke dir. Fekan Fliegen schreibt, wenn ein Hai und ein Bär einen Kampf hätten, wer würde gewinnen? Also ich finde das hier fast die beste Frage, aber auch wirklich fast die schwierigste Frage zu beantworten. Ich glaube, es kommt halt darauf an, wer in wessen Territorium kämpft. Wenn ein Hai natürlich an Land kommt, dann hat der Bär ganz leichte Beute. Kommt ein Bär aber ins Wasser, dann gewinnt der Hai auf jeden Fall. Aber ich glaube, er wird es schwieriger haben als der Bär mit dem Hai an Land. Und deswegen, wenn man das natürlich miteinander vergleicht, kann man sagen, dass der Bär in einem allgemeingültigen Szenario gewinnen würde. Also der hat auch Arme und alles. Also ich glaube, der könnte den Hai schon besser greifen. Der Hai könnte ja, was macht der mit seinen Flößchen? Der hat einen Mund, aber liegt dann da ein bisschen rum. Selbst wenn er gehen könnte, kann er nicht viel wie ein T-Rex mit seinen Ärmchen machen. Ja, ich glaube, also ich würde mein Geld, wenn ich wetten würde, auf einen Bär setzen. Lumi fragt, magst du Creepypastas? Ja, finde ich schon sehr unterhaltsam. Manchmal mehr, manchmal weniger. Also je wahrheitsgehaltiger sie sind oder wirken, desto spannender finde ich sie eigentlich. Conju X fragt, würdest du gern mal einen Tag im viktorianischen London leben? Wahrscheinlich nicht. Außer ich würde irgendwie in der Zeitreise gleichzeitig ein Aristokrat werden und könnte mir das Ganze von oben herab angucken. Aber ich glaube, wenn du Pech hast, bist du halt in der falschen Klasse. Also nicht Klasse, Schulklasse, sondern im Sinne von gesellschaftlicher Struktur. Und dann hast du nicht viel davon, außer, ja, siehst du, das Dereckige London der damaligen Zeit. Miss Mangrey möchte von dir wissen, könntest du dir vorstellen, als Moderator oder Synchronsprecher zu arbeiten? Deinen Kanal müsste es als Sendung im TV geben. Als Moderator weiß ich nicht. Also ich habe auch gemerkt, bei der X-Faktor-Folge, also das war schon sehr anstrengend, vor der Kamera zu stehen. Einfach, weil ich das auch nicht gewöhnt war. Wer weiß, vielleicht wird es mir irgendwann gefallen. Als Synchronsprecher auf jeden Fall. Aber ich bin fernab von einem professionellen Synchronsprecher. Aber an sich auf jeden Fall. Früher war es immer mein Traum. Und den erfülle ich mir jetzt hier auf kleiner Ebene. Aber ja, vielen Dank für das Kompliment. Sandra Denkinger fragt, glaubst du an Aliens? Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, gerade in die Richtung Mystery Filme zu machen? Ich glaube an Aliens, aber ich bezweifle, dass wir jemals Aliens sehen werden. Also da gibt es auch einen relativ coolen Artikel, der von Stephen Hawking geschrieben wurde, warum es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir jemals auf die Distanzen bezogen auf außerirdisches Leben treffen werden. Den kann ich auch mal in der Infobox verlinken. Aber natürlich gibt es noch andere Theorien dazu. Also wenn man wirklich nur von einer Dreidimensionalität ausgeht, dann halte ich es für unwahrscheinlich, wenn aber irgendwann die Technologie so weit sein könnte, dass man die Dreidimensionalität überwindet. Keine Ahnung. Also ich bin auch kein Physiker und kein Experte auf dem Gebiet und habe mich auch wirklich noch nicht viel mit Aliens beschäftigt. Dann könnte ich es mir vielleicht vorstellen, wenn man irgendwie schneller als Lichtgeschwindigkeit reisen könnte. Ja. Ja. Und Mystery-Themen ist eigentlich wirklich auch durch den YouTuber, den ich eben schon mal genannt habe, durch LetMeKnow und auch durch NextPro, dass ich die Videos einfach selber übelst unterhaltsam fand und einfach das Angebot in Deutschland, im YouTube-Deutschland, nicht groß genug fand. Und ja, deswegen einfach mich dazu entschieden habe, das zu machen, was es im englischsprachigen Raum schon gibt. Nur halt für, nur halt für euch. Ja, tatsächlich ist der Roman noch in Planung und es ist auch schon einiges geschrieben, aber die Arbeit daran ist erstmal auf Eis gelegt. Einfach weil ich neben YouTube, dem Podcast und anderen Sachen, die im Hintergrund passieren, momentan wirklich keine Zeit für irgendwas anderes habe. Aber irgendwann, irgendwann wird der fertig und dann sage ich euch Bescheid. Konsibra fragt, was ist dein Beauty-Geheimnis? Würde ich das verraten, wäre es kein Geheimnis mehr, Konsibra. Und die letzte Frage kommt von CIS777, welches Gewinnspiel? Das Gewinnspiel für den Escape Room, das ich in dem letzten X-Factor-Video, dem 40.000 Abonnenten-Special ausgerufen habe. Und die Gewinner stehen auch fest. Einmal ist es auf Instagram Lahl von Winterfeste und auf YouTube ist es Necrobine. Herzlichen Glückwunsch an euch und es wäre cool, wenn ihr mir eine E-Mail an die folgende Adresse schreibt mit euren Daten, dass wenn ihr vor Ort seid, ihr einfach euren Ausweis vorlegen könnt und dann einfach mit euren Freunden umsonst spielen könnt. Und vielen Dank an alle, die auch am Gewinnspiel teilgenommen haben. Und es tut mir leid, dass natürlich nicht alle gewinnen können, aber das wird auch nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Videos. Falls ihr noch nicht abonniert habt, dann lasst doch gerne ein Abo da, wobei ich bezweifle, dass einfach irgendwelche Leute dieses Question & Answer Video gucken werden. Und ja, danke an alle, die schon abonniert haben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es tut mir wirklich leid, dass ich heute kein normales Video gebracht habe, aber ich werde mich jetzt auch direkt weiter an das Last-Mittag-Video setzen. Und ja, noch einen schönen Tag oder auch gute Nacht und bis dann. Und ja, noch einen schönen Tag. Und ja, noch einen schönen Tag.